Ich gebe dir ganz schnell die Sonntage im Februar, was Gott uns gegeben hat, was wir tun sollen. So dass du weißt, wegen dem, das Gott uns da gesagt hat, dass wir das tun sollen, wirst du überleben, um zu erfahren, jeden von diesen Sonntagen. Also wenn du Notizen machst, notier dir das, dass du es nicht vergisst, Nummer 1, 7. Februar, und wir alle wissen, dass Nummer 7 die Zahl Gottes ist. Und wenn wir dir sagen, wir leben in einem Jahr des Geistes, und wir brauchen den Geist, um zu überwinden, was immer in der Atmosphäre liegt, dieses Jahr, dann glaube mir. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal diese Zahlen hatten im Februar, aber hört zu, nächster Sonntag, der 7. Februar, Fokussieren wir uns, schreibe es auf, wir fokussieren uns, auf göttlichen Schutz für unsere Dinge, Dinge, göttlicher Schutz für Dinge. Das bedeutet, wir bringen einen Kontaktspunkt zum Beten, folgendes, auf ein Altar, Nummer 1, alles, was dir gehört, das für dich wertvoll ist, bring es als Kontaktpunkt, oder du willst einen Kontaktpunkt für diese Sache bringen, zum Beispiel, Haus und Land kannst du nicht bringen, außer du bist ein Zauberer. Das heißt, ich erwarte von dir, dass du ein Dokument bringst, oder irgendwas, was dein Haus repräsentiert, oder dein Land. Sag mal Amen. So, dass wenn wir es zum Altar bringen, und wir beten, dann geben wir das einfach Gott hin. Auch wenn du das vielleicht schon gemacht hast, wir geben es wie wieder hin, weil wir leben in einer gefährlichen Zeit. Das heißt, kein Desaster, keine Boshaftigkeit, kein Schlechtes, wird fähig sein, zu kommen. Du lebst in einem Apartment, und vielleicht möchtest du einen Vertrag bringen, für diese Wohnung. Wir bringen das auf ein Altar. Und jeder Angriff vom Nachbarn, von dem Landbesitzer, muss weggehen im Namen Jesus. Und jeder Angriff von einem territorialen Geist, in deinem Haus, muss weg, im Namen Jesus. Jeder boshafte Geist, in deinem Bereich, muss weg, im Namen Jesus. Sag mal Amen. So, du bringst Dokumente für dein Haus, für deine Wohnung. Vielleicht bist du ein Student. Du möchtest etwas bringen, was deine Studien repräsentiert. Oder du arbeitest in einer Firma, und sie bedrohen dich. Niemand kann dich feuern, bevor deine Zeit gekommen ist dieses Jahr. Vielleicht mag dich jemand nicht am Arbeitsplatz. Und sie arbeiten gegen dich, um die Firma zu verlassen. Wir bringen es vor den Herrn. Wir bringen alles vor den Herrn. Dein Business. Du möchtest etwas bringen, was dein Business repräsentiert. Und lass uns den Dämonen sehen, der dann noch sagen kann, dass dein Business nicht funktioniert. Gott wird für dich kämpfen, im Namen Jesus. Sag mal Amen. Also sag irgendwas. Verpasst es nicht. Nächsten Sonntag, weil den ganzen Monat lang, im Februar, ist ein Befreiungsmonat. Du erwartest also nicht, dass ich in 20 Minuten Abrakatabra mache, und dann ist alles weg von dir. Nein. Gott ist ein Gott des Prozesses. Halleluja. Halleluja. Und er arbeitet dich dadurch. Weil wenn du nicht weißt, was du tust, und du kennst den Wert von dem, was du hast, nicht, dann ist der Missbrauch einer Sache unumgänglich. Das heißt, du musst dann durch den Prozess gehen, und du musst das, du musst es wollen. Der blinde, der blinde Bartimaeus, es gab viele blinde um ihn oben, aber er war der Einzige, der sagte, Sohn darf es. Habe Erbarmen mit mir, nicht mit uns. Ja. Die Witwe von Zarephath, da gab es so viele andere Witwen, aber der Prophet wurde zu einer gesandt, weil du musst bereit sein dafür. Sag mal Amen. Gott ist nicht einer, der verschwendet. Er verschwendet nicht mal seine Befreiungskraft. Er verschwendet keine Wunder. Er gibt es den Leuten, die das ernst nehmen. Sag mal Amen. Also bitte, nächsten Sonntag kommen wir zum Altar mit irgendwas, mit irgendeiner Sache, die unser Leben angeht. Dein Business, dein Job, deine Ausbildung, dein Land, dein Haus, Immobilien, alles was dir wertvoll ist. Und dann am 14., also am Valentinstag, da haben wir den göttlichen Schutz fürs Leben. Und das Thema da, ist göttlicher Schutz fürs Leben. Und wir bringen als Kontaktpunkt, um zu beten, alles, was unsere Beziehungen repräsentiert. Also wenn du und die Person, mit der du in einer Beziehung bist, schon hier sind, ist es okay. Aber wenn du, wenn die andere Person nicht hier ist, oder du schaust online zu, dann kannst du ihr Bild bringen. Ein Bild, wo ihr zusammen seid. Zum Beispiel. Ein Bild von deinem Partner ist okay. Oder Familienbilder sind auch gut. Familienbilder. Wo all deine Kinder auch da drauf sind. Wenn du Großkinder hast, kannst du auch das Bild bringen, deine Großkinder. Falls du Urgroßvater bist, auch da ist es gut, wenn du deine Enkel bringst. Wenn du Methuselah bist, ist es auch gut. Also egal, wie alt du bist, du kannst deinen ganzen Familien, deinen ganzen Familien Stammbaum bringen. Aber denk daran, wir beten fürs Leben. Wir beten fürs Leben. Sag mal fürs Leben. Das heißt, wir beten fürs Leben, weil es um göttlichen Schutz fürs Leben geht. Okay, so Beziehungen. Oh, das wird spannend. Bring einen Kontaktpunkt von Bildern. Oder du malst dein eigenes Bild. Oder du gehst aufs Internet und du druckst ein Bild aus, das ähnlich ist von jemandem, den du heiraten möchtest in der Zukunft. Es ist eine prophetische Gemeinde. Wir rufen die Dinge, die nicht sind, als wären sie schon. Das heißt, wir spulen da nach vorne. Sagen wir mal Amen. So, but please, make sure you are doing something realistic. Aber, aber bitte, bleib realistisch. Aber es geht einfach darum, schreib dir auf, was du dir wünschst, zeichne sie, mach das einfach zu einem Gebetspunkt und dann bringst du mal da. Amen. Alle Dinge sind möglich, für die, die glauben. Halleluja. Das heißt, wenn du ein Mann bist, dasselbe gilt für dich. Sei realistisch und bring deine zukünftige Ehefrau zum Altar. Das wird fantabulös am Valentinstag. Da hast du geistlichen Valentinstag mit deinem zukünftigen Partner. Sagen wir mal Amen. Und wenn du bereits verheiratet bist und einer von deinen, also dein Ehepartner ist nicht errettet, dann bring sie zu dem, der die Liebe am besten kennt. Jesus Christus. Also bring ihr Bild zum Altar. Und wir wollen da Gott vertrauen, dass, wie wir für sie beten, dass etwas geschehen wird an diesem Valentinstag. Und Jesus, der, der unsere Seele liebt, wird sie besuchen und wird sie ins Königreich bringen. In Jesu Namen. Sag mal Amen. Und das passt auch für deine Kinder. Bring sie zum Altar. Ihr Bild. Bring sie zum Altar. Weil deine Kinder sollen dem Herrn dienen. Du und dein Haushalt. Ihr sollt dem Herrn dienen. Im Namen Jesus. Also bring ihr Bild zum Altar. Lass uns das Wort Gottes über ihnen proklamieren. Bete über ihnen. Lass das Feuer des Heiligen Geistes auf sie kommen. Und lass Jesus ihr Valentin sein. Oh, ich liebe das. Lass Jesus ihr Valentin sein. Jesus soll ihr Geliebter sein. Halleluja. Halleluja. Also stell dir vor, was da passiert, wenn deine Kinder, deine Familienmitglieder, sich alle in Jesus verlieben an Valentinstag. Das heißt, wir erwarten von Gott, dass an dem Tag viele Seelen Jesus finden werden über unsere Gebete. Sag mal Amen. Vergiss nicht. Manche von euch, ihr könnt es auf die nächste Ebene bringen. Ihr bringt ein Bild von dem, was ihr habt. Eure Katze. Also alles andere Lebendige in eurem Haus. Eure Katze. Ein Haustier. Gott möchte dein Haustier schützen. Gott möchte nicht, dass sie einfach sterben. Halleluja. Halleluja. Okay. So anything, your cow, your cow. Deine Kuh. Deine Kuh. Wir müssen gesund sein, müssen Kälber zur Welt bringen, so dass wir genügend Fleisch haben. Wir mögen Fleisch. Halleluja. Halleluja. Jede medizinische Information, die wir vom Arzt empfangen haben. Oder jede Medizin, die wir nehmen. Mir ist egal, wie oft wir das getan haben in der Gemeinde. Wir werden nie aufhören, bis wir die letzte kranke Person sehen, wie sie geheilt wird. Im Namen Jesus. Sag mal Amen. Also nimm es ernst. Bring deine Medikamente. Oder irgendein Report vom Arzt und wir wollen im Geist das canceln. So dass nächstes Mal, wenn du zum Arzt gehst, dass sie Zeugnis geben, wie der Mann, der vom Krebs geheilt wurde. Oder die Person, die das Coronavirus hatte, das wir heute gehört haben. dass sie keine Spur mehr finden und dass sie das schreiben werden und diesen Report bringen in Jesu Namen. Sag mal Amen. Und dann werden wir alles andere, auch das für gesundheitliche Probleme da ist oder steht, Zum Beispiel, wenn du irgendeine Abhängigkeit von Essen hast. Oder du bist Alkoholiker. Ja, es ist nicht nur Alkohol, das kann unseren Körper schaden. Wenn du excessen Zucker trinkst, viele süße Dinge, das kann auch deinen Körper schaden. Oder nicht nur, wenn du einfach zu viel Alkohol trinkst, auch zu viel Zucker zu trinken, kann deinem Körper schaden. Ja, wenn du auch ein Alkoholiker bist, wenn du Alkoholiker bist, dann kannst du die Flasche mitbringen, so dass wir wissen, du brauchst da wirklich Gebet. Lass den Teufel beschämt sein, wenn du rauchst und du fühlst wirklich das Schade in meinem Körper. Und ich kann dir sagen, das tut es, ob du siehst oder nicht. Bring die Zigaretten, leg sie an den Altar. Wenn du Marihuana rauchst, kann ich dir sagen, manchmal die Offenbarungen, die du siehst, die sind nicht im Geist, sondern sie sind das Marihuana. Also komm und sei befreit, so dass du den wahren Geist siehst. Wenn du auf Drogen bist, dann wollen wir diese Befreiung sehen. Es ist unser Monat der Befreiung. Sag mal Amen. Alles, was deine Gesundheit beeinflusst, sei kreativ, bring es zum Altar. Du isst zu viel. Jedes Mal, wenn da so viel Essen im Kühlschrank ist und wir blinzeln einmal und dann ist alles weg, weil du es aufgegessen hast, dann brauchst du wahrscheinlich Befreiung. Wenn du schlechte Eigenschaften hast, dann kannst du das bringen, wenn du abhängig bist von irgendwas, kannst du das bringen, einfach alles, was dich gesundheitlich einschränkt. Und es gibt viele Dinge, die wir noch nicht mal ausgesprochen haben, aber du weißt es für dich persönlich, dass es ein gesundheitliches Problem auslöst, dann bring das mit. Amen. Weißt du, dass manche tabletten süchtig sind? Wer weiß, wovon ich spreche? Manche sind tabletten süchtig und wir müssen da Befreiung reinbringen. Sag mal Amen. Und dann gibt es Leute, sie kämpfen mit Übergewicht. Du tust alles Mögliche, was es nur gibt und du kannst nicht abnehmen. Wenn irgendwas im Natürlichen einfach nicht funktioniert, dann muss man im Geistlichen es angehen. Amen. Und wir befreien dich an dem Tag. Das heißt, bring irgendwas, was es repräsentiert an dem Tag. Amen. Wenn du zu schlank bist, zu schlank, du isst alles, was auf Himmel und Erden besteht, im Himmel und auf Erden besteht und du kannst nicht zunehmen, dann werden wir auch mit dem Geist abrechnen. Dieser geistliche Wurm, der dein Fett aufisst, wir werden an dem Tag mit dem abrechnen. Sag mal Amen. Letzter 28. Februar Göttlicher Schutz vor Problemen. Amen. So we are bringing as a point of contact to pray for. Das heißt, wir bringen als Kontaktspunkte, um zu beten, alles, was eine Festung im Leben bringt, alles, was dein Herz gebrochen hat, wenn irgendwas in der Vergangenheit dein Herz gebrochen hat, irgendwas im Moment dein Herz bricht, bring es am 28. und wir werden dieses Problem wirklich da behandeln. Und an dem Tag schließen wir auch jede finanzielle Lücke. Manche Leute, bei ihnen ist es, wie sie immer ständig ein Loch in der Tasche haben. Es ist, wie kein Geld kann wehren in ihren Händen. Sie wissen nicht, wie man das managt und sie wissen auch nicht, wie man Geld investiert. Wenn du ihnen heute eine Million geben würdest, am 28. Februar wäre das weg. Es wäre weg. Und da ist ein Geist dahinter. Da ist ein Geist dahinter. Und da spielt es keine Rolle, wie viel du erbst, du verlierst es. Wir werden beten. Da wird eine Wiederherstellung sein. Und dann beten wir auch gegen jeden Geist von der Furcht des Ungewissen oder jede Herausforderung, wo du ängstlich bist. Oder wir beten auch gegen die Angst vor Veränderung, Angst vor Veränderung, von neuen Dingen, und wir beten auch gegen die Angst vor Verlust, Verlust von Dingen, wie Scheidung, der Verlust von deinem Geschäft oder von einem Job und so weiter. Wir beten für diese Dinge. Und diese Dinge werden uns leiten, durch den Monat Februar. Und jeder Sonntag ist spezifisch. Und wie wir jetzt über den Elementen beten, gehen wir in den Daniel 1,8. Daniel 1,8. Wer ist gesegnet von diesen Informationen? Das ist bereits eine Befreiung. Wer weiß das? Wer weiß das? Weil wenn du nicht diagnostizierst, was deine Probleme sind, wie kannst du die denn lösen? Darum habe ich mir so viel Zeit genommen. Ich habe mir Zeit genommen, dass du weißt, was für Bereiche es gibt, wo du in Gebundenheit sein kannst und wo der Feind angreifen kann. Und weil wir das ans Licht bringen, hat deine Befreiung bereits begonnen. Und dann schau, was Gott mit dir tun wird im Monat Februar. Sag mal Amen. Sag mal Amen.